Man kann es nicht anders beschreiben. Es grenzt wirklich an Betrug. Ich möchte heute über einen Bausparvertrag sprechen, genau genommen von meiner Frau, den wir jetzt gekündigt haben, der sehr lange still lag. Und wir schauen uns mal an, was dabei herausgekommen ist. Und ich nehme das mal vorweg, das Ergebnis ist extrem ernüchternd, obwohl dieser Bausparvertrag eigentlich einen sehr guten Zinssatz hat. Und warum mache ich das Video? Für all diejenigen, die sich noch darauf verlassen, mit einem Bausparvertrag vorzusorgen, irgendwann mal ein besseres Leben im Alter zu haben, für die Rente vorzusorgen oder auch seinen Kindern was zu hinterlassen und die eben mit solchen Bausparverträgen das Ganze eben stabilisieren wollen in Zukunft. Oder vielleicht sogar mit Bankfunks. Und das geht in die gleiche Kategorie. Da sind einfach so viele Gebühren drin und du kannst das viel besser auf einem anderen Weg machen, den ich dir auch hier erklären möchte. Aber der Reihe nach, was ist überhaupt passiert? Nun, wir haben wieder mal einen Kontoauszug bekommen von unserem alten Bausparvertrag. Ja, von meiner Frau ist dieser Bausparvertrag aus ganz alten Zeiten. Den haben wir ganz lange schon gar nicht mehr bespart. Aber wir haben das Geld mal drauf geparkt, weil wir gesagt haben, okay, dieser Zins, der immerhin 4% beträgt, der sieht doch gar nicht so übel aus. Und das Ganze ist aus der Tradition einfach gekommen. Man sagt ja so, wenn man in jungen Jahren ist, du musst irgendwie vorsorgen. Es gibt ja auch noch so etwas wie vermögenswirksame Leistungen. Und da hat eben meine Frau damals dann auch auf Anraten der Eltern und so weiter eben gesagt, okay, komm, mach mal irgendwas. Der Bausparvertrag ist doch nicht verkehrt. Ein Bausparvertrag ist ja eigentlich für etwas anderes gedacht, nämlich dass man sich Finanzierungskonditionen für die Zukunft sichert, aber wird oftmals eben auch zum Ansparen quasi für ein gewisses Polster eben benutzt. Ja, und so war es eben hier auch. Ja, auch wenn es wirklich nicht so den Zweck eigentlich bedient, dass es ganz andere bessere Alternativen gibt, wozu wir gleich kommen, ja, wurde das eben gemacht. Ja, dann wurde das Ganze bespart und irgendwann, ja, haben wir das Ganze pausiert, weil wir gesehen haben, ganz ehrlich, das bringt nicht viel. Es gibt einfach viel, viel bessere Alternative. Und dann ist das Ganze so nebenher gelaufen. Da sind ungefähr 3.000 Euro drin, die wir da jetzt wieder zurückbekommen. Ganz ehrlich, das spielt für unseren Vermögensaufbau oder unser Vermögensvermögen insgesamt jetzt nicht mehr die allergrößte Rolle, diese Summe. Und deswegen ist es auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber jetzt haben wir mal einen Schlussstrich gezogen und haben gesagt, okay, komm, nee, das holen wir jetzt raus, ja. Und jetzt sind hier Gebühren angefallen und Zinsen wurden gestrichen und pipapo. Und ich werde das Ganze jetzt mal ganz genau dir erklären, was dann letztendlich noch unterm Strich dabei übrig geblieben ist, ja. So, und dafür gehen wir jetzt mal in diesen Vertrag rein und gucken uns das an. Zunächst einmal, wir haben diesen Vertrag, ja, oder meine Frau hat den damals hier am 15.11.2007 abgeschlossen, Vertragsbeginn. Und wir sehen hier, ja, wunderbare 4% Zinsen, ja. Das klingt eigentlich wunderbar, wenn man auch bedenkt, dass es vor allem die Jahre in 2017, 2018, 2019, 2021 waren, wo wir ja teilweise Negativzinsen hatten, ja. Das heißt, wir hatten so gut wie keine Zinsen auf Sparguthaben. Da war dieser Vertrag natürlich gar nicht so übel, könnte man zumindest meinen. Wie gesagt, in 2007 hat das Ganze gestartet. So, und jetzt haben wir eben gesagt, okay, wir wollen ihn kündigen. Man kriegt ja auch heutzutage sowieso schon 3% Zinsen und mehr auf Tagesgeld und Co. So, und dann wurde uns erstmal mitgeteilt, okay, wenn wir jetzt, wir bieten ihn an, einen anderen Tarif zu nehmen, ja, also die wollten uns irgendwo anders reinbringen, ja. Und ansonsten würde man auf jeden Fall die gezahlte Abschlussgebühr schon mal von 128 Euro verlieren. Peng, so, 128 Euro schon mal weg. Und des Weiteren hat man uns dann gesagt, wenn Sie das Guthaben dann auch direkt haben wollen, dann müssen Sie übrigens nochmal 3% auf Ihr Bausparguthaben letztendlich abgeben. Also 3% sind dann auch nochmal futsch. Und hier muss man bedenken, das wird ja langsam aufgebaut und die 3% geht natürlich von der großen Summe, nachdem alles angespart worden, sind hier weg. Ja, also das ist schon mal nicht so schön. Was ist letztendlich dann bei rausgekommen? Da sieht man hier so eine Aufstellung mit Zinsen, Sonderzinsen und so weiter und so fort. Wichtig ist einfach nur die 3025 Euro, die merken wir uns mal, die jetzt hier rausgekommen sind, ja. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal nochmal zusammenfassen und dann auch auf andere Art und Weise rechnen. Und das ist erschreckend, was dabei herauskommt. Wir merken nun, 2007 Start, 4% Zinsen, wir vereinfachen das ein bisschen, ja. Die Einzahlungen waren insgesamt, das habe ich recherchiert, war gar nicht so leicht, da waren es ca. 2600 Euro. Und die Einzahlung erfolgte nur zwischen 2007 und 2012. Danach war der komplett stillgelegt, aber die Zinsen haben ja weitergewirkt auf das Sparguthaben. Der Einzahlzeitraum waren nicht genau diese 5 Jahre, sondern eher so 5,5 Jahre. Und der durchschnittliche Sparbetrag während dieser Zeit war 40 Euro pro Monat. Das war noch gekoppelt an vermögenswirtsame Leistungen. So, und jetzt gucken wir mal, wie war denn die Verzinsung ab 2012? Weil ab da waren ja die 2600 Euro drin, plus eigentlich schon ein paar Zinsen, aber die berücksichtige ich gar nicht, ja. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn effektiv dabei herumgekommen? Und da muss man noch sagen, 2600 Euro, ja, in 2012 sind geworden, nach Auszahlung, nach allem drum und dran, 3025 Euro in 2014. Und das bedeutet effektiv zurückgerechnet über diese 12 Jahre eine Verzinsung pro Jahr von 1,3%. 1,3% versus 4%, hm, da ist schon mal eine große, große Lücke. Ja, zugegeben, man muss jetzt sagen an der Stelle, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, wenn man noch irgendwelche Fristen abgewartet hätte und so weiter und so fort. Aber glaubt mir, selbst wenn es jetzt 100 Euro mehr gewesen wären, die wir bekommen hätten, ja, dann wären die Zinsen vielleicht nicht bei 1,3%, sondern vielleicht bei 1,6, 1,7 pro Jahr oder sowas gewesen, ja. Das hätte den Braten nicht fett gemacht. Fakt ist aber, dass das deutlich geringer ist als das, was man eigentlich meinen würde, nämlich mit den 4%. By the way, Steuern und so weiter sind natürlich hier auch irgendwo mit verwurschtelt. Man muss aber sagen, dass hier eigentlich alles über den Steuerfreibetrag abgedeckt worden ist, weil die Summen nicht wirklich groß sind. Und jetzt werden wir uns mal das angucken und rechnen mal Alternativen und schauen, was wäre denn eigentlich rausgekommen, wenn wir 4% pro Jahr wirklich bekommen hätten in dieser Zeit. So, und dafür nehmen wir uns dann nochmal die Randbedingungen hier, nämlich, wir merken uns 2007 bis 2012 war der Ansparzeitraum. In der Zeit wurden 40 Euro pro Monat angespart. Das sind ja quasi diese 2.600 Euro, die da oben stehen in der Zeit. Und wir merken uns, wir müssen das benchmarken gegen das Ergebnis, was wir hier rausbekommen haben, nämlich 3.025 Euro. Und dafür gehen wir jetzt einmal, wir wechseln einmal in einen Zinsrechner oder Renditerechner und gucken uns das dann da an. So, und damit sind wir jetzt also hier im Zinseszinsrechner. Und wir werden jetzt einfach mal die Randbedingungen eingeben. Zunächst einmal, Startkapital gibt es eigentlich nicht. Nämlich, es wurden 40 Euro ja pro Monat eingezahlt. Und zwar von 2007 an bis ca. 2012. Generell ist das eigentlich zu wenig, was wir hier sehen. Denn wir sehen ja, dass wir hier auf eine Summe kommen in 2012 von 1.920 Euro. Also ich muss eigentlich 2013 eingeben, weil ab 2013 quasi nicht mehr eingezahlt wird. Somit kommen wir ungefähr auf 2.400 Euro. Also auf weniger, als wir in der Bausparkasse hier eigentlich eingezahlt haben. Das heißt, ich rechne hier schlechter. Das will ich damit sagen. Ja, letztendlich, wie gesagt, kein Startkapital. Monatlich Sparrate 40 Euro. Und jetzt gehen wir mal eine Rendite an. Nämlich die 4%, die es ja eigentlich hätten sein sollen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was ist dabei herumgekommen. So, in 2007 gibt es noch kein Kapital. Dann kommen hier die Sparraten drauf. Und die kleine Verzinsung, die noch nicht viel ausmacht. Und ab dann, ja, wird die Verzinsung natürlich, die nimmt immer mehr Gewicht ein. Ja, ab hier kommen natürlich keine Sparraten mehr drauf. Das ist alles richtig gerechnet. Und dann sehen wir hier ab 2024, da sollten ungefähr 4.300 Euro stehen. Nochmal, Steuern sind hier nicht berücksichtigt. Sind aber absichtlich nicht berücksichtigt. Ja, denn bei diesen Summen kann alles über den Steuerfreibetrag geklärt werden. Ja, das ist alles, das kann man gut vor Steuer alles annehmen. Auf jeden Fall 4.300 Euro versus 3.025 Euro. Ja, wo ist also, wo sind die da 1.300 Euro geblieben? Ja, das fragt man sich natürlich an der Stelle. So, natürlich ist das ein bisschen Plus Minus. Ja, das möchte ich nochmal dazu sagen. Und jetzt machen wir nochmal kurz eine andere Rechnung auf. Und zwar sagen wir jetzt, wir würden nicht per Bausparkasse würden wir investieren, sondern wir würden am Aktienmarkt investieren. Und in dem Zeitraum, da habe ich mal nachgeschaut vorher, von diesem 2007, 2008er Zeitraum, da waren wir ja gerade in der Finanzkrise. Ja, wenn man vom schlechtesten Punkt bis heute misst, hätte man ca. 7,8% Rendite gemacht am Aktienmarkt. Und wenn man am idealsten Punkt ganz unten bis heute misst, dann wäre man bei ungefähr 14, 15% gelandet. Das heißt, so im Mittel, im schlechten Mittel, hätte man in der Zeit mal locker 9% Rendite machen müssen. Wir rechnen jetzt mal mit diesen 9%, die wir in der Zeit dann durchschnittlich pro Jahr gemacht hätten am Aktienmarkt. Und das ist, wie gesagt, eine schlechtere Rechnung, die ich gerade aufmache, als es in Realität gewesen wäre. Ja, dann hätten wir diese 3.000 Euro schon in 2012 gehabt, die wir heute quasi uns auszahlen lassen können von der tollen Bausparkasse. Und in 2024 sehen wir einen Betrag von 8.800 Euro. 8.800 Euro versus 3.025 Euro. Ja, wenn du jetzt mit höherem Kapital arbeitest, kannst du überall nur 0 dranhängen oder 2 Nullen oder wie auch immer. Aber du siehst diese Relation. Viel mehr als das Doppelt ist dabei herausgekommen, wenn du einfach mit einem einfachen Finanzinstrument, wie z.B. einem breit gestreuten ETF, in den Aktienmarkt investiert hättest. Wenn du nun noch aktiver gehandelt hättest und, sage ich mal, so 2-3 Stunden pro Woche vielleicht aufgebracht hättest für das Ganze, dann hättest du eine Rendite von vielleicht, naja, sagen wir 15% pro Jahr erwirtschaftet. Und dann schauen wir mal, was wäre denn da rausgekommen. Da wärst du bei 2024 schon bei 20.000 Euro. Das ist das Potenzial, was du an der Börse letztendlich nutzen kannst. Summa summarum, was will ich damit sagen? Dieser Bausparvertrag, den wir hier sehen, ist ein Abbild von dem, was ich andauernd sehe. Oft kommen Kunden zu uns, die haben irgendwelche Sparverträge, wo irgendwelche Fonds, Rentenfonds, Aktienfonds drin sind, Bausparverträge. Und das Ergebnis ist immer das gleiche. Letztendlich hat man in einem Zeitraum eingezahlt, der eigentlich ganz gut lief mit Investments, egal ob Immobilien, Aktien und so weiter. Und man bekommt ungefähr das wieder raus, was man eigentlich nur eingezahlt hat. Die Ergebnisse sind extrem ernüchternd. Und jetzt musst du noch eins bedenken, nämlich wir haben ja Inflationsrate. Und wir hatten in den letzten zwei Jahren sehr hohe Inflationsrate. Aber selbst davor, wo die Inflation auf einem niedrigen Niveau war, selbst da waren wir bei 1,5, 2, 2,5% Inflationsrate, da kannst du mit einem solchen Bausparvertrag gar nichts mehr machen. Das heißt, du verbrennst unterm Strich Geld. Und dazu hast du noch Aufwand, du musst das in den Steuern noch angeben, pipapo. Also, wofür das Ganze? Ganz ehrlich, da kannst du es lieber unterm Kopf kissen lassen. Aber noch viel besser ist, dass du solche Verträge aufkündigst, etwas änderst und es wirklich effektiv angehst. Dafür ist aber erforderlich, dass du dich richtig aufstellst. Dass du sowas bewerten kannst, dass du weißt, okay, wo bekomme ich mehr für mein Geld, wo lohnt es sich, wo lohnt es sich nicht. Dass du Risiken richtig einschätzen kannst am Kapitalmarkt. Dass du die richtigen Aktien finden kannst, dass du die richtig analysieren kannst. Dir ein tolles Portfolio aufstellen kannst, was krisensicher ist und trotzdem gute Rendite bringt. Und dann schaffst du es auch, zweistellige Renditen pro Jahr zu machen. Und kommst dann auch auf solche tollen Summen schon mit relativ wenig Geld, mit wenig Sparrate. Wir haben ja noch niemals die Sparrate über den ganzen Zeitraum hier gerade gerechnet. So, wenn du da sagst, hey, du möchtest was ändern, dann bist du herzlich eingeladen für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Das Ganze kannst du dir auf silvestianlegern.de buchen. Und dann sprechen wir mal darüber, wie sehen denn deine Verträge aus. Wir können auch gerne drüber gucken, kann man da was dran verbessern. Sicherlich kann man da was verbessern, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und können wir dich so aufstellen, dass du das eigenverantwortlich machst. Dass du weißt, okay, was du dort tust, dass du das richtig bewerten kannst und dass du dich nicht darauf verlassen musst, was eben irgendein Banker sagt, der eben kurz vor der Rente steht und immer noch für seinen Arbeitgeber, nämlich der Bank, arbeiten muss. Mach dir darüber mal Gedanken, ob das der richtige Ansprechpartner ist oder ob du dich nicht lieber selbst aufstellen möchtest. So oder so, ganz unabhängig auch von unserer Börsenausbildung. So, ich hoffe, dieses Video hat dir etwas mitgegeben, dass du darüber nachdenkst. Ansonsten wünsche ich dir natürlich viel, viel Erfolg mit deiner Geldanlage so oder so. Und gerne kannst du dir dieses Video hier oben anschauen. Ja, da haben wir uns mal mit unserem Strategieberater, mit dem Eduard, über die Ausbildung unterhalten, über den Werdegang vom Eduard, der jetzt auch schon ein paar Jahre dabei ist. Oder auch diese Playlist hier unten, die ich dir ans Herz legen kann über die Aktienanalysen. Ansonsten, liebe Grüße, dein Sebastian Legrand. Ciao. Ciao. Ciao.